Hallo, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meiner lockeren Mathe-Reihe. Diesmal beginne ich mit der 9. Klasse und mit quadratischen Funktionen. Mein Name ist Marc-Oliver Opressnik, ich bin Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing und Management einer Technischen Hochschule in Lübeck. Und in dieser Folge wollte ich euch ganz locker einmal den Stoff der 9. Klasse in loser Abfolge näher bringen und beginnen wollen wir mit den quadratischen Funktionen. Die erste Frage, was ist überhaupt eine quadratische Funktion? Eine quadratische Funktion zeichnet sich immer durch folgende Form aus, f von x als Funktionsgleichung gleich ax² plus b mal x plus c. Ganz wichtig ist dabei immer, dass gilt, dass a nicht 0 sein darf. a, b und c sind Konstanten und x ist dabei immer die Variable. Der höchste Exponent einer solchen quadratischen Funktion, deswegen heißt sie ja auch quadratische Funktion, heißt immer 2. Also es bedeutet, dass x als höchster Exponent die 2 hat und nicht mehr. Den Graphen einer quadratischen Funktion nennt man immer Parabel und eine Parabel ist eine Kurve, die symmetrisch zu einer Achse verläuft, zur x-Achse, zur y-Achse und sie hat immer eine u-Form. Hier könnt ihr mal ein Beispiel sehen. Das ist die normale Parabel, die Normalform. Und jede Parabel lässt sich durch eine Funktionsgleichung, wie wir gerade eben auch gesehen haben, darstellen. Die Normalparabel hat die einfachste Form, nämlich f von x gleich x². Und diese u-Form bedeutet im Prinzip, dass sie symmetrisch hier zur y-Achse ist oder zur Ordinate. Was heißt hier symmetrisch? Wenn man das praktisch als Spiegelachse nimmt, dann kann man im Prinzip diese diesen Teil hier spiegeln, so dass er sich hier wiederfindet und umgekehrt. Es hat also im Prinzip die Ordinate als Spiegelachse. Das nennt man symmetrisch. Und der tiefste Punkt, der Scheitelpunkt einer Parabel, hier im Normalfall liegt er bei 0,0. Und sonst nennen wir den Scheitelpunkt immer den tiefsten Punkt oder auch den höchsten Punkt. Wenn man jetzt zum Beispiel so eine Parabel hat, die so verläuft, dann wäre das hier der Scheitelpunkt. Also dann könnte man sagen, das ist auch der höchste Punkt irgendwo. Und das nennen wir den Scheitelpunkt. Und jetzt habt ihr die Aufgabe in der Mathematik in der 9. Klasse. Da geht es darum, dass man analysiert, wie ist die Funktionsgleichung? Das heißt, ihr habt ganz häufig so eine Parabel gegeben und dann ist gefragt, wie lautet die entsprechende Funktionsgleichung? Das schauen wir uns zunächst mal anhand der Normalparabel an. Wenn die Normalparabel also so normal verläuft mit der Ordinate, also mit der y-Achse als Symmetrieachse, dann hat der Scheitelpunkt immer die Koordinaten 0,0. Das läuft also hier im Prinzip durch den Ursprung durch. Das heißt, der Scheitelpunkt hat die Koordinaten 0,0. Und die Funktionsgleichung ist dann immer a mal x². Wobei dieses a hier alle möglichen Werte annehmen kann. Das kann im Prinzip 2a sein, also 2 mal x². Das könnte zum Beispiel aber auch sein 1 Viertel x². Wie kann man jetzt die Funktionsgleichung hier dieser Normalparabel bestimmen? Man nimmt sich einfach einen weiteren Punkt, zum Beispiel den Punkt 2,4. Also man geht 2 auf der x-Achse hier nach rechts und dann 1, 2, 3, 4 nach oben. Den kann man gut ablesen. Man kann auch jeden anderen beliebigen Punkt nehmen. Den habe ich jetzt nur genommen, weil man den schön ablesen kann. Man kann das hier so schön erkennen. Das sei jetzt Punkt a und der hat die Koordinaten 2,4. Und dann braucht man nichts anderes zu tun, als diese Werte in die Funktionsgleichung einzusetzen. Das heißt, für x setzen wir 2 ein und für y setzen wir 4 ein. Wenn wir das machen, dann folgt daraus, dass wir haben 4, das setzen wir hier ein. Für f von x, also den Funktionswert hier, den y-Wert gleich und das a, das suchen wir, also a mal und dann setzen wir für x setzen wir die 2 ein. 2 zum Quadrat. Und wenn wir das ausrechnen, hier gleich a mal 2 zum Quadrat ist 4 und wir teilen beide Seiten durch 4, um das a zu isolieren, haben wir also 4 geteilt durch 4 macht 1 gleich a und daraus folgt dann die Funktionsgleichung f von x gleich 1 mal x Quadrat. So schnell und einfach haben wir im Prinzip die Funktionsgleichung hergeleitet. Das ist jetzt hier auch ganz einfach, weil es sich hier um diese Normalform handelt. Wenn wir das jetzt ein bisschen komplizierter machen, das heißt, hier haben wir auch eine Parabel, die im Prinzip die Ordinate, Psyllon-Achse als Symmetrie-Achse hat, weil sie ist nach unten geöffnet und sie ist quasi verschoben, wenn man so will. Also wenn man jetzt im Prinzip hier diese Normalform irgendwo aber nach unten geöffnet irgendwo nimmt, ist die quasi um zwei Einheiten nach unten verschoben. Was man zunächst jetzt wiederum braucht, ist den Scheitelpunkt. Den kann ich jetzt wieder einfach ablesen, nämlich 0 auf der x-Achse und 2 nach unten. Das heißt, der Scheitelpunkt hat die Koordinaten 0, minus 2. Da es sich jetzt um diese verschobene Parabel letztendlich handelt, kann ich im Prinzip die Form der Normalparabel nehmen. Also a mal x², das haben wir hier und die Parabel ist um zwei Einheiten nach unten verschoben. Also schreibe ich hier im Prinzip nur minus 2 hin. Wenn jetzt die Parabel beispielsweise so verlaufen würde, dann würde man schreiben plus 1, weil sie um eine Einheit nach oben verschoben ist. Und jetzt braucht man wiederum nur einen weiteren Wert und wir nehmen da einen Wert, den wir wiederum gut ablesen können. Ich habe hier den Punkt B gewählt. Minus 1 und, ach nee, 1 und minus 5. Ich kann auch minus 1 nehmen und 5. Das würde letztendlich auch keinen großen Unterschied machen. Aber 1 und 5, das ist hier dieser Wert. Das wäre im Prinzip Punkt B. 1 und minus 5. Und jetzt gilt wieder genau dasselbe. Jetzt muss ich hier im Prinzip nur diese Werte wiederum einsetzen, allerdings in diese veränderte Funktionsgleichung. Aber das ist letztendlich auch kein Problem. Das 1 hier setze ich für das x ein und die minus 5 setze ich für f von x ein, also für y. Und dann erhalte ich minus 5 gleich, das a suche ich wieder, mal und ich setze die 1 ein, 1 zum Quadrat und die minus 2, weil die Parabel hier um zwei Einheiten nach unten verschoben worden ist. Und jetzt löse ich das im Prinzip einfach nur auf. Also minus 5 gleich a mal 1 zum Quadrat ist einmal 1, ist 1. Also kann ich einfach das a so stehen lassen und es bleibt minus 2. Und jetzt hole ich im Prinzip einfach nur die 2 auf die andere Seite. Ist ganz einfach. Also ich muss immer genau das Gegenteil davon machen, um das auf die andere Seite zu holen. Also minus 5 plus 2 macht minus 3 gleich a. Und damit haben wir im Prinzip schon die Funktionsgleichung. Minus 3 ist das a, das haben wir ausgerechnet. Also folgt daraus die Funktionsgleichung hier f von x gleich minus 3. Das haben wir ja gerade für a. Und dann bleibt im Prinzip die normale Form x Quadrat und dann haben wir die minus 2. Das ist im Prinzip jetzt unsere Funktionsgleichung. Minus 3 x Quadrat minus 2. So einfach ist das letztendlich. Es sieht immer so kompliziert aus, aber eigentlich ist es relativ simpel. Ihr müsst euch nur diese Normalform erstmal merken. Jetzt nehmen wir doch den kompliziertesten Fall in der Klausur, den man haben kann. Beispielsweise einen Verlauf, der so aussieht. Hier habe ich auch wieder eine Parabel. Und jetzt habe ich auch hier wiederum die Aufgabe, die Funktionsgleichung zu bestimmen. Wie sieht das jetzt hier aus? Zunächst mal brauche ich wieder den Scheitelpunkt. Das sollte immer euer erster Schritt irgendwo sein. Der ist hier. Das heißt bei minus 4 minus 2. Also der Scheitelpunkt hat die Koordinaten minus 4 minus 2. Das habe ich hier aufgeschrieben. Und jetzt brauche ich wieder einen weiteren Punkt, den ich gut ablesen kann. Ich habe in den Punkt 0 und 2 genommen. Also 0 hier der x-Wert 0 und 2. Da wird genau die y-Achse, die Ordinate, geschnitten hier. Das sei der Punkt c. c hat also die Koordinaten 0 und 2. Ihr könnt wie gesagt jeden anderen Wert beispielsweise auch nehmen. Aber den kann ich hier sehr gut in dem Beispiel ablesen. Und jetzt ist es wichtig, dass man sich hier diese Formel merkt. Und diese Formel nennt man Scheitelpunktform. Und die hat immer die Funktion f von x. Das kennt ihr schon. Und dann ist es aber nicht x² oder ax² minus 2 oder plus 2, sondern die hat die allgemeine Form a mal und dann x minus d zum Quadrat plus e. Das sieht immer erst mal so ein ein bisschen kompliziert aus. Aber das ist letztendlich gar nicht kompliziert. Wie muss man das jetzt letztendlich berechnen? Wie komme ich jetzt hier zu meiner Funktionsgleichung? Das schauen wir uns auch noch mal an. Nehmen wir hier weg. So, wir hatten ja gerade gesagt, die allgemeine Funktionsgleichung, Scheitelpunktfunktion f von x gleich a mal x minus d zum Quadrat plus e. Und jetzt hatten wir ja zwei Werte. Und zwar einmal den Scheitelpunkt. Der hatte die Koordinaten minus 4 und minus 2. Und wir hatten den Punkt c. Der hatte die Koordinaten 0 und 2. So, hier komme ich jetzt zur konkreten Funktionsgleichung für diese Parabel. Das ist eigentlich relativ einfach. Sieht nur so kompliziert aus. Ihr müsst euch merken, dass im Prinzip dieses d hier in der Formel, dass das immer der x-Wert ist vom Scheitelpunkt ist. Und nehmen wir mal eine andere Farbe, dass der e-Wert vom Scheitelpunkt der entsprechende y-Wert ist. Und jetzt können wir das einfach mal einsetzen. Also, wir schreiben also f von x ist gleich. Und jetzt bleibt das a erstmal stehen. Das suchen wir ja auch wiederum, wie wir das vorhin auch gesucht haben. Also a mal. Und jetzt setzen wir die Werte einfach ein. Ich schreibe erstmal x. Und jetzt wollen wir als erstes einsetzen für das d. Wollen wir die minus 4 einsetzen. Und die allgemeine Funktionsgleichung heißt ja x-d. Und wir schreiben jetzt also, um es mal ganz einfach zu machen, x-minus. Und dann setzen wir das d ein. Und wir hatten ja gesagt, das d sind die, ist der x-Wert des Scheitelpunktes. Also schreiben wir minus. Und das ist minus 4. Klammer zu. Und dann nochmal eine Klammer zu zum Quadrat. Und jetzt heißt es ja plus e. Und für e nehmen wir plus. Und dann schreibe ich das auf. Für e ist das minus 2. Ich schreibe das mal ganz sauber auf. Nicht so diese Tunneltheorie, dass ich gleich den finalen Schritt irgendwie aufschreibe, sondern wir lösen jetzt die Klammern in Ruhe auf. Das heißt, es sind also f von x ist gleich a mal. Und jetzt lösen wir einfach die Klammer auf. Und dann bleibt übrig x und minus minus 4. Das hebt sich sozusagen auf. Das wird zu plus. Minus und minus ergibt plus. Also x plus 4 bleibt übrig in Klammern zum Quadrat. Und plus minus 2. Wenn wir da die Klammer auflösen, dann wird da ein Minus draus. Also minus 2. Das ist also jetzt diese Form. Und was mache ich jetzt mit dieser Form? Jetzt ist es im Prinzip wie bei den Aufgaben zuvor letztendlich auch. Jetzt brauche ich nämlich meinen zweiten Punkt, den wir hier haben. Diese 0 und 2. Und jetzt setze ich die im Prinzip einfach wieder nur ein. Das heißt, die 0 muss ich letztendlich jetzt für x einsetzen. Und die 2 setze ich für y ein. Also für f von x. Also schreibe ich 2 ist gleich und dann kommt a mal und für das x setzen wir die 0 ein. Ich schreibe das wieder ganz langsam auf. 0 plus 4, Klammer zu, zum Quadrat und dann die minus 2. Bleibt übrig. Und dann lösen wir das auf. 2 ist gleich a mal. 0 plus 4 ist 4. Zum Quadrat ist 16. 4 mal 4 sind 16. Also a mal 16. Und die minus 2 bleiben stehen. Und was mache ich jetzt? Ich hole die 2 auf die andere Seite. Plus 2 bleiben also stehen. 4 gleich 16 a. Und jetzt teile ich noch durch 16, um das a zu isolieren. Also geteilt durch 16. Dann steht hier also 4 geteilt durch 16 gleich a. Und das kann ich kürzen. Also folgt daraus a ist gleich 1 Viertel. Habe ich also im Prinzip das a ausgerechnet. Das ist 1 Viertel. Und damit habe ich im Prinzip schon meine Funktionsgleichung. Nämlich Funktionsgleichung. Jetzt können wir auch mal wieder zurück gehen, damit man das auch sieht hier im Prinzip. Nochmal zurück. So. Jetzt ist hier kurz das Bild irgendwie weggegangen. Aber das kriegen wir gleich wieder hin. Hoffe ich mal. So. Jetzt sind wir wieder da. Sorry. Also wir hatten ja gerade ausgerechnet die Funktionsgleichung. Das a hatten wir ausgerechnet. f von x ist also gleich. Wie gesagt 1 Viertel für das a. Und dann haben wir die andere Gleichung. Dann ist es im Prinzip dieses x plus 4 zum Quadrat minus 2. Das waren ja im Prinzip die Werte, die wir hatten hier. Die bleiben ja letztendlich bestehen. Also ein Viertel x plus 4 in Klammern zum Quadrat minus 2 ist unsere Funktionsgleichung hier. Wenn man die jetzt noch im Prinzip ausrechnen will. Wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt das nicht mit den Klammern irgendwo haben. Dann kann ich die Klammern natürlich auch auflösen. Dann würde man da also ausrechnen. f von x gleich 1 Viertel mal. Und dann multiplizieren wir die Klammer aus. Die Klammer ist die erste binomische Formel. Also a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Also x Quadrat. Plus 4 mal x mal 2. Das sind also 8x. plus 4 zum Quadrat ist 16. Klammer zu minus 2. Und wenn wir das jetzt ausmultiplizieren, dann haben wir f von x gleich 1 Viertel x Quadrat. Und 8x mal 1 Viertel ist 8 Viertel x. 8 durch 4 sind 2. Also plus 2x. Und die 16 mal 1 Viertel wiederum. 16 geteilt durch 4 macht 4. Bleiben 4 übrig. Plus 4 minus 2. Und das bedeutet also, dass die endgültige Funktionsgleichung 1 Viertel x Quadrat plus 2x plus 4 minus 2 macht plus 2 ist. Das ist im Prinzip meine Funktionsgleichung. So schwer ist es letztendlich gar nicht. Das heißt, wenn die Parabel diese Funktion hier hat, diesen Verlauf irgendwo hat, dann ist immer der erste Schritt, den Scheitelpunkt abzulesen. Das ist der erste Schritt. Dann müsst ihr im Prinzip einen weiteren Punkt nehmen, den ihr gut ablesen könnt. Und das setzt ihr dann im Prinzip in diese Scheitelpunktformel oder Form ein. Also a mal Klammer auf x minus d Klammer zu zum Quadrat plus e. Wobei hier ihr euch merken müsst einfach, dass das d im Prinzip die x-Koordinate ist des Scheitelpunktes und das e ist die y-Koordinate des Scheitelpunktes. Und daraus kann ich dann letztendlich das a ausrechnen, wie wir das gemacht haben. Und dann kommt man eben auf diese Funktionsgleichung. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen und es ein bisschen einfacher gemacht. Habt ihr drei Fälle kennengelernt. Der einfachste Form ist diese Normalparabel. Die andere Form ist die nach unten verschobene Parabel. Und die dritte Form ist vielleicht die komplizierteste, die ihr hier mit dieser Scheitelpunktform errechnen müsst. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Macht's gut und viel Erfolg bei der Klausur und bei euren Aufgaben. Ciao.